Liebe Bündnisgrüne und liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist Jan Otto, der erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall Ostsachsen und Berlin. Und ich freue mich sehr, euch heute herzliche Grüße von uns Metallern überbringen zu dürfen. Das Motto der Landesdelegiertenkonferenz und des Parteitages mit uns für die Zukunft ist natürlich auch unser Motto. Die Bündnisarbeit hat sich stark verändert in den letzten Jahren und so ist es jetzt auch an mir, mich als Mitglied der Bündnisgrünen in Sachsen bezeichnen zu dürfen und bin über diese Entscheidung verdammt froh, weil wir in den vergangenen Wochen und Monaten viele spannende Diskussionen und Debatten hatten. Das Motto mit uns für die Zukunft ist auch unser Motto. Die Transformation der Industrie muss jetzt vorangetrieben werden. Sie muss gelingen. Die Energiewende muss herbeigeführt werden und der Klimawandel muss gestoppt werden. Deswegen wünsche ich euch heute eine gute Listenaufstellung, gute Beratung und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Jahren die Zusammenarbeit zwischen IG Metall und den Grünen ausbauen. Dafür stehe ich persönlich bereit und jetzt erst mal alles Gute, lasst es uns gemeinsam angehen, lasst uns diese Wahl gewinnen.